Ich bin der Direktor von jüdischen Programmen beim Arbeitering. Das ist mein Autograf, Fardy Lehner, von jüdischen Branche. Es freut mich sehr anzuführen mit dem Programm von jüdischen Klassen, das ist eine der größten der Welt. Und ich bin sehr stolz mit dem, was wir haben im letzten Semester mehr als 400 Studenten von 18 Ländern und 28 Staaten gelernt. Von 18 Lehrern von sechs Ländern besuchen Israel und Wilne. Die Klassen seien für alle, für alle Maträges, von den sammen Anheber bis die sammen Avanzierten. Es nehmen Klassen bei uns, sei die Studenten von Universitäten, viele Kinder, die 14, 15 Jahre alt seien. Seit älteren Menschen, seit jüdischen Lehrern, jüdischen Professoren. Sehr populär sind die Lektionen von Itzhak Niborski, von Paris, Avrom Lichtenbaum, von Buenos Aires, Michael Wex, von Toronto, David Katz, von Wilne, Sheva Zucker, von New York und so weiter und so weiter. Das ist mein Ziel zu bringen in unsere Internets und Ponem-al-Ponem-Klassen, was mehr Studenten zu weisen als jüdisch lebt, als jüdische Kultur ist sehr reich, schön und prächtig. Und ich will bedanken alle Lehrern und Mithelfern, die uns helfen, uns zu bauen als ein Programm, das heute nicht genannt wird. Seid mir alle gesund und stark. ...